ARD Text im Auftrag von Funk Jetzt haut der den anderen noch weg ARD Text im Auftrag von Funk 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 Versus walking, which is why people will do the screen cap He's center zone, so he's just gonna sit there more than likely He's got dot when it closes Not sure Hard to say Big Ridge Yeah It's tabbed out, typing Another one right side straight Another two right side straight WHAT Motherfucking MVP Here? Outside? They're both in here They're fucking mad They're fucking mad Hahaha Haha Vom Gleiter Ja, das ist krass Wahh, ich hab mal abgeschossen Vom Gleiter Ja, komm Das ist wirklich hart. Ja, es ist. Das ist ein Mensch. Das ist ein Mensch. Ich bin sehr glücklich mit dem. Das war super-smooth. Ich glaube, es ist ein Mensch. Ich dachte, es ist ein Mensch. Ich dachte, es ist ein Mensch. Das ist auch bei uns. Ich bin schon mit einer Zündersatz. Ich bin schon mit der Geschmack. Ich habe keine Zündersatz. Das ist ein Mensch. Wasst du? Ich hab das keine Angst. Es ist so. Es ist ein Mensch. Ich hab sie verletzt. Ich hab sie verletzt. Ich hab sie verletzt. Ich hab sie verletzt. Entschuldigung. Ich hab sie verletzt. Ich habe ihn durch den Smoke. Ich hab sie verletzt. Ich hab sie verletzt. Ich weiß genau wo mein Freund ist. Er ist tot. Er ist tot. LOL. Viermal hab ich den gerade gehittet. Viermal. Auf 303 Meter. Ja leck mich doch. Wow. Wow. Das noch dazu ohne. Oh. Was brought to you by the Uncivil Plumbing Company. The pressure won't break the pipes. We guarantee it. What? This kid is so fucking blatant. It's fucking nuts. How's it going Bert? You're an absolute PogChamp. You're an absolute PogChamp.